Was ist Stärke? Besteht Stärke darin, besonders hart zu sein? Nein. Wenn Härte Ihren Schwachpunkt offenbart, zeigt Flexibilität Ihre volle Stärke. The Force of Flexibility. Der Stärkere gibt nach. Erleben Sie das neue Sonax Profi-Line Ceramic Coating CC36. Den stärksten Lackschutz, den es jemals gab. CC36 ist nicht nur hart, sondern auch flexibel. Wie eine zweite Haut legt es sich über die Karosserie. Andere Lackversiegelungen sind fast so aufwendig wie eine komplette Lackierung des Fahrzeugs. CC36 wird in zwei Stufen auf den Lack aufgetragen. Flexibel für den besten Lackschutz. Kein Atemschutz, keine Lackpistole und keine Infrarotbestrahlung sind notwendig. Die Partikel verankern sich reaktiv in der Oberfläche und gehen eine kovalente Bindung mit dem Lack ein. Es entsteht ein hochresistentes, flexibles Netzwerk, welches den Lack vor äußeren Einflüssen schützt. Schmutzpartikel prallen auf der flexiblen Oberfläche ab, ohne sie zu beschädigen. So behält der Lack langanhaltend seinen intensiven Glanz mit Tiefenwirkung. Sonax Profiline Keramic Coating CC36. Flexibel ist stark.